So, hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video von Ho3 Immobilien aus Ingelheim. Wir befinden uns gerade in Bingen. Wir, das sind die Katharina Bauer und ich. Und zwar stehen wir vor unserem zukünftigen neuen Ladengeschäft hier in der Salzstraße in Bingen. Und ja, die Katharina werden Sie zukünftig hier auch antreffen. Sie ist die Immobilienmaklerin, die den Laden hier in Bingen betreuen wird. Und jetzt wollten wir Sie einfach mal mit reinnehmen und Ihnen mal einen aktuellen Stand der Dinge geben, wie es jetzt aussieht. Wir haben den Laden vor einer Woche übernommen. In der Zwischenzeit ist er komplett geräumt worden. Und natürlich haben auch schon die Arbeitsarbeiten stattgefunden. Und die Elektriker sind momentan dabei, die Vorbereitungen zu treffen, damit hier bald die Elektrik installiert werden kann. Und jetzt kommen Sie einfach mal mit rein. Und jetzt kommen Sie einfach mal mit rein. So, also jetzt stehen wir schon mittendrin in unserem Empfangspreisschiebe. Hier wird der erste Schreibtisch stehen, an dem Sie von unseren Mitarbeitern empfangen werden. Des Weiteren wird natürlich hier auch eine kleine Sitzecke entstehen, an der Sie natürlich, wenn Sie mal fünf Minuten warten müssen, platzen eben können, gehen Kaffee servieren und Sie gerne auch was lesen können. Des Weiteren geht es dann hier oben mit einem Besprechungstisch weiter. Also hier werden wir dann zukünftig Kundentermine und interne Besprechungen abhalten. Hier nebenan werden zwei Arbeitsplätze für unsere Makler entstehen. Da werden Sie dann zukünftig auch die Katharina Bauer antreffen, die Sie gerade eben schon im Video gesehen haben. Und ja, selbstverständlich auch wieder alles neu. Einmal Elektro- oder Innenausbau, die Heizung wird erneuert, die ganzen alten Fenster kommen natürlich raus. Auch vorne die Schaufensterfront und die Eingangstüre werden erneuert. Termine stehen hier schon bereits, also es ist alles in Arbeit. Und wenn Sie jetzt nochmal mehr hier hinter folgen, hier wird dann ein weiterer Arbeitsplatz entstehen, nämlich meiner, dass, als ich in Bing bin, hier quasi arbeiten kann und natürlich auch Kunden empfangen kann und Gespräche und Besprechungen hier abhalten kann. Und hier hinten kommt dann unsere Tee-Küche hin. Hier werden wir natürlich zum einen für unsere Kunden und für uns auch selbst Kaffee und Tee kaufen können und mittags auch mal Platz nehmen, um eine Kleinigkeit zu essen, wenn wir nicht gerade draußen unterwegs sind und was essen. Und ja, dann kommt hier natürlich auch noch ein WC hin mit Waschbecken, sodass wir hier soweit bestens versorgt sind. So, also das war es jetzt mit einem kurzen Einweg in unser zukünftiges neues Ladengeschäft hier in Bing. Wie gesagt, haben wir vor Mitte des Jahres hier zu eröffnen und dann werden Sie natürlich auch die Katharina Bauer hier antreffen. Für alle Themen rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien sind wir dann zukünftig auch in Bing für Sie da. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Falls Sie prinzipiell an den Themen Immobilie kaufen und Verkaufen interessiert sind, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Und falls Sie aktuell überlegen sollten, eine Immobilie in Ingelheim, Mainz, Bingen, Wiesbaden und Umgebung zu verkaufen, dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Sehr, sehr gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung für eine kostenlose Immobilienwertermittlung und ein kostenloses Beratungsgespräch. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, Ihr Felix Hoffmann.